Willkommen und willkommen zu unserem Haus! Natürlich der Friedhof mit ein paar neuen Figuren und neben dem Galgen noch eine neue Attraktion. Für Getränke sorgte wie jedes Jahr der Herr Backfisch. Aber so viel Aufwand für einen Abend? Warum? Weil ich gerne Kinder erschrecke und ich finde das Fest Halloween eigentlich auch für klein und groß sehr schön. Und warum soll man nicht solche Sachen auch mal machen für Nordheim? Wie bist du auf die Idee gekommen? Das hat es herangewachsen. Wir haben angefangen an der Tür zu erschrecken, dann haben wir es unter die Pergola so ein bisschen. Und ja, jedes Jahr wurde es halt ein bisschen mehr. Mein Sohn hat mich so angestachelt. Und ja, jetzt haben wir halt diese Größenordnung mittlerweile erhalten. Bist du dieses Jahr zufrieden? Ja, es ist sehr gut geworden. Was erwartet die Leute? Ich denke einige Zocker, womit sie nicht gerechnet haben. Also jedes Jahr versuchen wir so ein paar neue Sachen mit einzubringen. Und ich glaube es ist uns auch gelungen. Mehrere Wochen Vorbereitung musste Familie Schmidt für den einen Abend investieren. Fazit, eine schöne Veranstaltung in einem alten Bauernhof. Ebenso begeistert sind auch die Besucher der Geisterstadt. Ja, ich finde es super. Ich bin jedes Jahr hier, weil ich ja praktisch zum Haus gehöre. Und ich finde es gut, dass das so weitergehalten wird. Absolut oberaffengeil. Ja, es ist wunderschön gemacht. Die Schwiegertochter macht sich unheimlich viel Arbeit. Der Sohn auch und die Tochter und der Schwiegersohn alle. Es ist sehenswert. Etwas zum Essen, etwas zum Trinken, für jeden war reichlich gesorgt. Außer einem bleibt Böppel dann wie diesen die Spucke verschlagen. Naja, dann sind wir mal gespannt, was Familie Schmidt für nächstes Halloween bereithält. Und vielleicht trauen sich ja dann auch mehr durch die Geisterbahn in der eigenen Scheune. Die Veranstaltung in der Zeit, in der Zeit, in der Zeit und ge southeast mit der Jahrcehandsleiminativen bis zum Nachdenkipp anything. devotee in die Zeit auf einen Technologien Vielen Dank.